Musik 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 Hoi, ich bin Zoetzeig. Hoi, ich bin der Ruben. Ich bin der Aron Wusch. Ich bin die Mir. Ich bin der Daffy. Ich bin der Arman Wusch. Ich bin der Joas-Emöler. Ich bin Karl. Musik 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 Ich bin der Lievio Turner, ich bin der Keilohafer. Hallo, ich bin die Lara, ich bin der Max Schmitter und der Pastor Haien. Hoi, ich bin der Mio. Hallo, ich bin der Anna Seggmüller. Hoi, ich bin Anna Thunner. Hallo, ich bin der Tim Loha. Ich trommel, weil ich gerne mit dem Trommel-Lehren etwas lernen. Und ich trommel gerne, weil ich es cool finde, verschiedene Rhythme zu spielen. Ich gerne in einer Gruppe trommeln. Ich spiele gerne Tambour, weil ich mit anderen Tambour auch mitspielen kann. Und ich spiele gerne Tambour, weil ich das Rhythmus komisch finde. Ich trommel gerne, weil es mir Spaß macht und weil es cool ist. Mir gefällt das Trommeln, weil ich gerne Rhythme mag und weil ich gerne in der Gruppe spiele. Mir macht es sehr viel Spass, weil ich kann Dampfablon und meine Freunde treffen beim Trommeln. Ich trommel gerne, weil ich die verschiedenen Rhythmen mag und gerne in der Gruppe trommeln. Und ich bin bei dem Tambour, weil es einfach eine coole Truppe ist. Und ich gehe gerne zum Trommeln, weil ich einen Kollegen treffe. Und ja, es ist cool im Trommeln auch gut. Und ich spiele gerne Trommeln, weil ich gerne ein gutes Instrument habe und will mir in der Probe immer viel Spass haben. Und ich trommel, weil ich gerne in der Gruppe trommeln und mit denen etwas lernen. Ich gehe gerne ins Trommeln, weil es mir Spass macht und weil ich es immer lustig habe mit den Kollegen. Und ich trommel, weil die großen Tambourern die coolste Gruppe sind. Ich trommel, weil ich die Auftritte der Tambourer mega cool finde und weil ich gerne mit anderen Tambourern zusammen trommeln. Und ich gehe gerne zum Trommeln, weil ich viel Spass habe und einen Kollegen treffen kann. Und ich trommel, weil das Trommeln cool ist für mich und ein cooles Stückchen hat. Und ich finde es cool, weil der Papa dabei ist und weil man Rhythmen spielt und zusammen in der Gruppe spielen darf. Ich liebe es, den Trommeln vor Ort zu sein, weil man auf der Bühne stehen kann, das Talent den Leuten zeigen. Man wird sehen und man kann auch sagen auf der Bühne. Ich bin stolz. Für mich bin ich stolz. Ich bin mein Verein. Und da ist ein schöner Verein.